Sotiris Kajafas ist ein ehemaliger zyprischer Fußballspieler. Er war Stürmer und spielte ausschließlich für Omonia Nikosia. Karriere 1967 kam Kajafas als 16-Jähriger zu Omonia Nikosia. Mit dem Double in der Saison 1971-72, in der Kajafas außerdem Torschützenkönig wurde, begann die wohl erfolgreichste Phase in der Geschichte des Vereins. Mit Omonia gewann Kajafas insgesamt elfmal die zyprische Meisterschaft von 1974 bis 1979 sechsmal in Folge. Der Pokal gewann er viermal, den Supercup fünfmal. Außerdem wurde er in acht Saisos Torschützenkönig der zyprischen Liga und gewann 1976 77. mit 44 Toren als erster Spieler Zyperns den goldenen Schuh. Als Europas bester Torschütze. 1984 beendete er seine Karriere. In der zyprischen Nationalmannschaft spielte Kajafas 17 Mal, dabei erzielte er zwei Tore. 2003 wurde er zum Golden Player Zyperns zum bedeutendsten zyprischen Spieler der letzten 50 Jahre gewählt. Erfolge 11x zyprischer Meister, 4x zyprischer Pokalsieger, 5x zyprischer Supercup-Sieger, 8x zyprischer Torschützenkönig, Golden Player Zyperns. 2x zyprischer Pokalsieger, 8x 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 zyprischer Pokalsieger, 8